Wir bieten unterschiedliche Betreuungszeiten an. Aber was bedeutet das in der Praxis? Es bedeutet, dass in dem ausgewählten Zeitraum alle Nachkontrollen, welche mit der Augenoperation zusammenhängen, inkludiert sind. Auch die Nachkorrektur mit dem Leser ist inkludiert. Das heißt, wenn sich zum Beispiel, Sie haben ein fünfjähriges Paket ausgewählt und wenn sich nach vier Jahren oder nach viereinhalb Jahren Ihr Sehfehler verändern sollte, dann ist die Nachkorrektur für Sie in den Initialpreis inkludiert.